Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 63 von Dwarf Fortress mit dem Frohguss-Grafikpack an dem Therapist. Und ja, wir sind drinnen wieder im Spiel. Wir hatten letztes Mal das Hospital aufgesucht und Traction Bench war das, glaube ich, das Letzte, was wir beobachtet haben. Und ja, das wird wahrscheinlich noch nicht gemacht, genauso wenig wie hier. Da passiert auch nichts. Hier ist ein Workshorter bei der Mason Ares, den haben wir, glaube ich, weggemacht, ne? Ach, guck mal, da sind solche Sachen noch. Ah, ne, das blinkte da rechts der Laden, alles klar. Okay, das haben wir. Müssen wir mal gucken. Okay, der Thundrum wurde da unten geworfen, ist klar. Jetzt würde mich mal interessieren, was pflanzen wir wo an, ne? Da oben wächst noch was. Was haben wir überhaupt für Leute hier? Bergmann, Miner, Mason, Ranger, Ranger. Animal Trainer, Furnace Operator, Bone Carver. Die beiden kann man schlecht lesen, Fishery Worker. Fahr mal, Fahr mal, Cook, Herbalist, Planter, Shearer, Woodburner, Hammerdwarf, Speardwarf, Exdwarf, Swordsdwarf, Dwarven, Child, Dwarven, Baby zweimal. Okay. Jobs mäßig. Eat, eat, drink, drink. Store. Alles Store. Das machen die alles, schön. Und dann bringen die Store-Item in Hospital. Barrel. Construct Building. Okay, da sind so ein paar Sachen. Willow Chest. Masons Workshop, Carpenters Workshop und sagt, wo ist denn unser Streckbank? Traction Bench. Prüf, load, cage trap. Ah, da unten ist er. So weit unten. Okay, aber hier ist ja auch schon einer, der das hier macht, ne? Okay. Da unten sind noch welche on break. Watching Doctor. Ah, das sind unsere Kämpfer. Okay, lassen wir mal so. Ist halt gut, ne? Ja, hier geht noch was. Ne, nicht wirklich, ne? Da soll noch ausgehoben werden. Macht auch keiner zur Zeit. Und hier ist das Lager. Das ist ja da unten schon gut bestückt. Frage. Ach, hier sind schon Sachen drin. Close Stockpile. Nochmal ein Close Stockpile. Und hier unten ist jetzt ausgehoben, aber noch nichts zugeordnet. Finished goods. Da drüber. Auch finished goods. Sind aber noch stellenfrei. Was ist hier? Finished goods. Und da auch. Aber das ist voll, glaube ich. Naja, was ist das denn? Äh. Settings. Äh. Stone Clay. So, da liegt alles drin, oder was? Ja, das ist alles. Das sollte eigentlich nie... Oder nee, hier ist unterschiedlich, ne? Oder? Ich glaube, das hier ist es, ne? Ja, genau so ist es. Armor. Nur Armor Type ist da ausgewählt, also. Äh, haben wir jetzt einen Fehler gemacht. Forbit und Enter. So war es richtig, ne? Okay. Das heißt, wir müssen noch ein neues Lager machen. Können wir hier hinkriegen, oder? So. Äh. Finished goods für G. Ah, super. Das hat nicht geklappt, glaube ich. Nochmal. Position anlaufen. G auswählen. Enter. Passt. So, dann Escape. Hu. Dann nochmal runter. Und das S ausgewählt. Und dann Subfinished goods hin. Und... Forbit. Und Armor wieder an. So. Dann sollte das da auch hingebracht werden, oder? Kommt schon einer, aber das bestimmt nicht, ne? Genau. Dann kommt der Nächste. Der bringt da auch was oben rein. Was bringt er denn da? Runter? Geht er ganz runter? Nein, nicht. Da wird von da oben was geholt. Achso, da auf dem Gang liegt auch noch was. Aber nein. Okay, der holt ein Bett da raus. Das wird ins Krankenhaus gebracht. Das ist auch gut so. Ja, da rechts wird noch nichts reingebracht, oder? Kommen da jetzt welche mit was? Oh, nee. Doch, der Erste. Alles klar. Da haben wir also auch was. Gut, okay. Das ist prima. Ja, Jobs nochmal, ne? Jetzt bringen die Sachen in die Lager. Dann sind Krankenhausgeschichten dran. Suspend. Marble doll, wall on bed is suspended. Pflanzen, pflanzen ist klar. Was macht er jetzt hier? Gib roter, okay. Ja. Interessant, was da läuft. Okay. Zwei war das. Ich wollte mal noch ein Dingens haben. Ja, ist das ein bisschen faden, ne? Achso, das ist Thread into Clothes. Was haben wir denn hier? Clothes door. Müssen wir mal mit K reingucken, oder wie war das? Picture Fever Thread. Das ist eigentlich so unser Faden hier. Dann sollten wir vielleicht... Ach shit, jetzt hab ich das... Das erstmal sein lassen, ne? Cancel, cool and task. Und jetzt gucken wir, dass wir im Krankenhaus dann... Hm. Lass mal einzeln hochgehen, oder wie? Okay, da ist es. McBarracks Armory, okay. Dining Room, ne? McBetroom, ne? So, das heißt... I. Und dann großes H für... die Informationen. Ah, wir haben schon Fäden da reichlich dran, ne? Und Stoffe haben wir auch, das funktioniert. Splints sind drin, Crutches sind drin. Powder, Buckets sind auch drin. Soap fehlt. Und Powder for Cast. Casts. Das heißt eigentlich... müsste etwa schon funktionieren hier, verbinden und sowas. Jetzt ich frage, da waren letztens noch zwei drin, ne? Hat das... Jetzt ist da jemand dann wieder gesund geworden, oder? Einer ist da jetzt noch drin. Der schläft aber zur Zeit auch da oben, ne? Hm. Da wird wieder was reingebracht. Tja. Die Kisten werden gefüllt. Können wir das irgendwie mit K sehen, was drin ist? Da ist zur Zeit nichts drin. Kann ich auch nicht reingucken, so. Was ist mit Tee zu machen? Ja. Oder? Ne, da sehe ich trotzdem nicht, was drin ist. Ne. Okay. Lassen wir das. V. Der rested. Baby wounded. Und der ist hungrig und unhappy. Okay, das kriegen wir aber wieder in den Griff, oder? Na, die Lunge ist verletzt, so. Mal hoffen, dass wir den wieder fit kriegen, ne? Nicht so viel da. Ein Faden nach dem anderen kommt er jetzt. Okay, gucken wir mal gerade, ob es schon reicht. Fast voll. Dann können wir wieder Dingens machen. Stoff. So, 2 war das. Und da ist auch noch Faden vorhanden, also das ist ja nicht das Problem, sehe ich gerade, ne? Q. Ah, sind wir schon an der richtigen Stelle? Und. We've closed plant. Also we. So. Sollte reichen. Was macht unser Lager? Oh, 4 war das. Da unten ist schon mehr reingekommen auch. Wunderbar. Es wird auch noch mehr hingebracht. Okay, das oben rechts ist gerade voll geworden, ne? Ja, ich denke schon. Gut, dann müssen wir da oben nochmal reingucken. Äh, S. Was ist das für ein Lager? Da ist alles drin, ne? Nur kein Metall und kein Stein, ne? Typ ist alles. So ist die Ordnung, okay. Pflanzen, äh, Baumwolle sozusagen, plant close, weiß ich nicht, Baumwolle oder oder Stoff aus pflanzliche Stoffe und Silbe, äh, ich sag schon, Seide. Ist da ausgesucht, interessant. Und. Typen sind alle. Plant close and silk. Nochmal P, finished good, zwar G, ne? Ja. Dann da unten runter. Hammer, gut. Escape, Q nochmal drauf. Und S. Runter. Und. Kein Stone war das. Kein Metal. Keine anderen Materialien, außer den. Und den. So, dann sollte es wieder funktionieren, oder wie? Okay, da rechts. Ne, der hat Stoff geholt und bringt den hoch, ne? Jetzt kommen ganz viele und tragen was runter, oder wie sehe ich das? Ne, doch nicht. Funktioniert auf jeden Fall. Das Lager ist da auch schon gleich voll. Läuft einer runter nach da, aber okay, da unten kommt auch was rein. Gut. Jetzt sind wir da auch wieder ein Stück weiter. Das ist ja unser Krankenhaus. Der ist da in der Ecke immer noch am liegen. Das wird immer noch was da reingebracht. Aber das müsste doch jetzt langsam mal voll sein, oder? Ach, guck mal, das sind 134.000 Fäden sind da schon drin und 16.000 Close. Ja, jetzt sag mal, ist da schon was produziert worden? Da bin ich raus, ja, ne? Jetzt Kuh. Ne, ist nicht produziert worden. Keine Ahnung, wo die es herholen. Ist aber auch nicht so schlimm. Das funktioniert. Das ist wichtig. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier noch für Läden Schneiderei. Ne, ist Melder und Wood Furnace. Okay. Closiers Shop. Zweier und die Weberei. Die haben wir. Farmers Workshop. Okay, und da links neben. Jevelas Workshop. Auch schön. Gut. Das passt ja dann erstmal, ne? Ja, auch Meers machen wir schon wieder. Super. Da einer seiner Essensreste liegen lassen, oder was? Oder ist da jemand gestorben? Das könnte natürlich auch sein. Naja. Tantrum. Super. Gut, okay. Ich denke mal, für die Folge soll es aber erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.